In der digitalen Lean Production Simulation haben die Teilnehmer drei Minuten Zeit, Produkte herzustellen. Anschließend wird ihr Stressfaktor sowie weitere Kennzahlen festgehalten. Der Moderator weist auf Verschwendungen im Prozess hin. Diese werden durch die Einführung der Lean-Prinzipien eliminiert und Veränderungen werden im Prozess vorgenommen. In diesem Beispiel haben sich die Teilnehmer dazu entschieden, die Stationen in U-Form zu sortieren. Die weiteren Runden verlaufen nach demselben Prinzip. Die Aufnahme der Kennzahlen ermöglicht einen Vergleich zu den vorherigen Runden und Verbesserungen durch die Einführung der Lean-Prinzipien werden ersichtlich. Nach Abschluss der letzten Runde ist eine größere Anzahl an Endprodukten sowie eine Reduzierung der Durchlaufzeit und des Stressfaktors zu erkennen. Zu Beginn der digitalen Lean Construction Simulation werden die Rollen erklärt und verteilt. Diese bestehen aus verschiedenen Gewerken und führenden Rollen. Die erste Runde wird nach traditioneller Bauweise durchgeführt. Durch das Push-System entstehen Stress und Unsicherheit. Anschließend wird in einer zweiten Runde das Last Planner System eingeführt. Dazu findet zunächst eine Rückwärtsplanung statt. Meilensteine werden festgelegt, Beschränkungen besprochen und Zusagen gegeben. Diese werden in wöchentlichen Meetings auf ihre Einhaltung überprüft und der PPC wird festgehalten. Die Vorteile durch die Einführung des Last Planner Systems werden ersichtlich und eine dynamische, flexible Planung und Durchführung der Konstruktion wird ermöglicht.